Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass auch der Beruf des Kommunikationstrainers von Grund auf erlernt werden sollte und der Meisterbrief sozusagen, das ist dann unser Diplom. Vor 23 Jahren habe ich das Unternehmertraining bei der Wifi besucht und dort hat ein ganz cooler Trainer das Kommunikationstraining gemacht und das hat mich voll inspiriert und nie mehr losgelassen und habe gewusst, irgendwann muss ich es tun. Meine persönliche Herausforderung, das war die Gruppendynamik, da habe ich mich überhaupt nicht ausgekannt vorher und ich habe in dem Kurs gelernt herauszufinden, wo ich in Gruppen hingehöre, wo mein Platz ist, wo ich mich wohlfühle und wo ich im Leben dann glücklich bin. Ich habe mich österreichweit umgeschaut nach einem qualitativ hochwertigen Angebot und bin dann schlussendlich zur Gabriella Konrad aus Wifi in Graz gekommen. Ich wollte schon immer Trainerin werden und habe mir gedacht, wendest du dich an die erste Adresse im Bereich Erwachsenenbildung und so habe ich auf der Homepage des Wifi Steiermark diesen Kommunikationstrainerlehrgang gefunden. Als Trainer ist es nicht nur wichtig viel zu wissen, sondern das Wissen entsprechend zu verpacken, dass das Seminardesign teilnehmerorientiert ist und dem Wissensstand entspricht. Außerdem ist es wichtig Gruppen zu steuern und rangdynamische Prozesse zu berücksichtigen. Was ich in dem Lehrgang vor allem gelernt habe, meine Lehrinhalte so zu strukturieren, dass sie für meine Teilnehmer pointierter und konkreter geworden sind und dadurch ist das ganze Ergebnis jetzt auch für mich messbarer und überprüfbarer geworden. Was für mich wirklich verbessert hat, das war, ich habe eine riesige Range an Methoden, Ideen und Themen und das ist so wichtig. Ich kann flexibel sein, ich kann möglichst schnell in den verschiedensten Bereichen als Trainerin arbeiten. Das Spannende als Trainer ist, dass ich die Möglichkeit habe mit Emotionen zu spielen, mit den Emotionen meiner Teilnehmer, dass ich sie in die Tiefe bringe, um sich selber besser zu spüren und dann in die Höhe, wo es dann wieder lustig ist und Spaß macht. Methodisch habe ich als Trainer verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel Storytelling, die Arbeit mit Metaphern, bewusstes Erzählen von Geschichten und Beispielen. Die setze ich so ein, dass ich für das Unbewusstsein meiner Zielgruppe entsprechende Wirkung erziele. Oder Fragetechnik. Auch hierbei habe ich ganz viele verschiedene Möglichkeiten, um die Gruppe und die Denkprozesse weiter nachhaltig zu beeinflussen. Mein persönlicher Wesenshorizont hat sich derartig erweitert durch die ständige Selbsterfahrung und Reflexion mit den anderen Teilnehmern. Und ich finde das so wichtig, weil ich der tiefsten Überzeugung bin, dass nur ein Trainer, der sich selbst in- und auswendig kennt, professionell mit seinen Teilnehmern umgehen kann. Ich habe viele Ausbildungen gemacht. Diese Ausbildung kann ich mit vollem Herzen weiterempfehlen. Sie machen etwas, nur sehr, sehr viele Tur altri und dostbar' idoe können. Ich sage mal, Music melagtıyor den Verenig zu testosterone zu enable undiłentum. ich sage mal, ich mache jetzt ein bisschen 과ß,